hallo und herzlich willkommen zur 43 folge hier von space engineers in der vierten staffel natürlich auf microhazard tv heute dabei bei mir hier dem ice dragon ist der heiko und gerade frisch oder noch dabei auf dem server zu joinen denn er ist noch nicht da auf dem server wird aber schon angezeigt ist der lucifer hallo am besten mal nicht nur sie genannt ja ich bin man sollte sich heiko am besten mal zum energie aufladen einfach hier dritte in die ecke stellen dann steht man auf das ist ein bisschen sehr eng gebaut bisher die basis die aufenthaltsräume und die kochen kommen erst noch so power transmitter ist aber eingebaut heiko muss das nur konfiguriert werden hoffe er funktioniert ansonsten kriegen wir das schiff wieder nicht aufgeladen kennst ja das spielchen so kontrollfeld so übrigens mein has to lay out habe ich natürlich wieder umgestellt warum auch immer das stand auf englisch weiß nicht warum er es auf englisch gewechselt hat keine ahnung war das vielleicht länger schon auf englisch und ich habe schon nicht mitgekriegt ja ja das test ich jetzt kann ich ja während dessen einfach machen steuerung navigation machen wir hier wieder strg rein also beim fliegen funktioniert es auf jeden fall deswegen beim fliegen geht es nämlich das wundert mich das wundert mich ja sowieso aber ich kann mich nicht ducken mit der taste das verstehe ich nicht warum man das nicht macht das muss ein bug vom spiel sein da muss ich mal irgendwo ein bug report machen oder so ich meine es ist ja laut konfiguration ist es dieselbe taste zum nach unten fliegen mit dem jetpack oder mit dem schiff oder halt zum ducken es ist dieselbe taste so ich kann beim jetpack oder auch mit schiffen mit der strg das nach unten fliegen ich kann mich aber mit der taste nicht ducken das macht er nicht ich weiß nicht warum nicht die taste ist auch nicht doppelt belegt oder so also wo sind die einschläge ich selbst das spiel mobben will ach da unten da hinten weiter ok ja ich weiß auch nicht was er hat ich keine ahnung also wieder wenn ich das jetzt mit der taste c mache die ja standard ist eigentlich das spiel will ich halt einfach mobben ja ich merke schon man sollte auch auf ok drücken wenn man die so ungewohnt sich zu ducken oder nach unten zu fliegen mit schiff ich bin da so gut ich habe weil wenn ich bei ego shoot dann habe ich eh standardmäßig immer die kleinen finger quasi in der ecke unten auf strg ich nutze den halt für strg und schiff zum rennen quasi das ist meine rennen und meine ducktaste mein finger dafür hast du und auf c wenn ich das auf c machen will dann muss ich das jetzt mit dem zeigefinger machen quasi das ist völlig ungewohnt weil ich den eigentlich immer auf d habe halt logischerweise via ist die halt ne ich weiß nicht was er da hat naja egal jetzt erstmal bitte schubs mich nicht von der plattform heiko ja ich stehe jetzt hier am kontrollfeld deswegen power transmitter channel sag ich jetzt nicht laut und klaut uns noch lucifer und dann strom eigentlich könntest du was machen heiko wenn du weißt auf welchem kanal die feindliche basis quasi sendet strom brauchst du nur selber einen empfänger auf der selben frequenz quasi dann könntest du das den strom klauen ja also ich hab bock auf strom die haben aber nicht gesagt wie lang die zahl sein darf du könntest natürlich auch eine sehr lange zahl machen für den kanal oder sowas muss ja nicht hier 1 2 3 ich sehe allerdings meist eure zahlen durch videos und gut dass der power transmitter nur für ein paar minuten stehen wird er muss nicht nur dafür reichen um das schiff anzuheben quasi und verbinder zu setzen naja ne ich würde ich würde kurz laden lassen heiko ich würde ich würde nicht darauf vertrauen dass der dass der power transmitter genug weil der hat er kriegt ja bloß drei megawatt könnte ein bisschen knapp werden ja ja gut aber trotzdem haben wir sie vor freitag äh gott vor sonntag noch direkt da soll ich mal erwähnen dass ein large ionentriebwerk 2,4 megawatt frisst in der spitze das ist eine menge so nach unten haben wir vier richtig vier das sind acht das sind 9,6 megawatt bei voller leistung sind das 9,6 megawatt heiko okay nur für die nach unten du weißt dass wir nur in der spitze 16 abgeben können ja seh schon wir brauchen noch mehr batterien hier so sag mal ne zahl heiko wo hier oder schick mir ne zahl schick mir einfach heimlich ne zahl im chat ähm 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 also sollten wir irgendwann ein schutzschild bauen heiko über schildermitter ne werde ich natürlich auch einen schildmodulator anbauen damit wir eine schildfrequenz machen können ich hab einmal rein auf die tastatur gehauen alles okay warte mal das machen wir jetzt echt geheim damit dass keiner die frequenz mitkriegt ich setz einfach mal kurz unser testbild drüber ja liebe zuschauer nicht wundern so testbild äh so muss das nur mal kurz schnell fertig konfigurieren ähm mode receiver mehr brauche ich nicht einstellen bei dem so raus aus dem kontrollfeld gut die haben die zahl jetzt eh schon gesehen über dings ne über den chat den du geschickt hast ne ich nehm einfach ne andere ok so testbild wieder raus obwohl ne muss noch mal kurz rein ich würde den platan fans mit da gerne auf auf ähm ausgeblendet stellen terminal anzeigen nein so weil ansonsten sieht man es ja auch wieder ja so jetzt sieht man es nicht mehr so gut Elements na 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 so geheimcodes so jetzt muss ich jetzt bei der base natürlich auch noch mal die selbe frequenz einstellen also matur mit dem festbild so sieht es aus tut beleid leute ich muss noch mal kurz das testbild anfragen oh ja die armen armen zuschauer hier fehlen noch fünf triebwerkskomponenten das muss ja irgendwie in größeren mengen irgendwo platin geben ey das kann nicht sein dass wir echt nur so klitzende kleine felder haben ey das hat ah wir haben strom alles wir haben strom ähm so jetzt könnt ihr wieder gucken hehehe damit der lucy nicht weiß wie unsere frequenz ist ich meine bei der entfernung glaube ich könnte er locker den strom sogar von seiner base aus hinten direkt hier abgreifen bei 1,8 kilometer entfernung kann er locker mit dem mit dem empfänger wenn er da hinten empfänger hinstellen würde selbe frequenz unseren strom können wir unseren strom teilen ist doch schön nein ist es nicht so unser schiff sollte jetzt aufladen guck mal was die batterien sagen ja ja eine stunde sagt er ok die stehen zwar auf automatik deswegen ähm aber aktuell verbrauchen sie ja nichts groß ja guck mal die ion triebwerke die schönen blauen lämmchen überall jetzt hier die blauen triebwerke überall hier unsere erste ion triebwerke ich hab das schon mal anpackt zu kopieren alles unsere ersten leuchtenden ion triebwerke guckt sie euch an das ist ja bald fällt die kiste wa? ja es sind halt nur auch triebwerke komponenten die jetzt enorm fehlen naja für die großen halt ne die ganzen großen ich hab noch ein paar kleine fehlen fehlen nur auch triebwerke oder? ich glaube schon ja alles andere fertig ja? ja ich der fuß unten in der Mitte kommst du vorne an den ran? wenn du dich mit dem jetpack auf die seite legst kommst du an den ran? ich guck grad mal ja kannst du die triebwerke ausstellen? ja da komm ich direkt ran verbrennen die dich? ja ein wenig aua danke sind alle aus verbrennen macht doch spa gut du kommst also ran ok ja ich komm ran gut wir dürfen nicht vergessen dass wir jetzt natürlich eine entsprechende abgabe auf der batterie haben entladen in einer stunde heiko ist zwar natürlich nicht die maximal abgabe die sie geben könnte ja aber da wir am schiff äh jetzt keinen signalverstärker dran haben mhm wo wir was brauchen denn signalverstärker? 45 ne warte das ist für das große schiff ich würd grad sagen ich würd sagen 45 kommunikationskomponenten aber es sind 9 ok na dann könnten wir schneller laden ne ja ja jetzt war die batterie auch schneller leer aber wir könnten schneller laden übrigens ähm converter hat er gesagt braucht man nicht mehr übrigens ja ok ok da reicht der eine es kommt ja eben davon ab wieviel du sendest halt ne du weißt jetzt alle so weit wie es geht finden überall nur noch die Triebwertkomponente ne ich weiß nicht soll ich einen herstellen einen äh signalverstärker zum schneller laden ja mach mal ja mach mal production small grid ich brauch mal einen signal amplifier da ist er ja ich brauch nur eisen und silizium heiko ok das geht dir noch so so in den ganzen Triebwert fehlt noch ein einziges Stahlrohr großen hunderte von Triebwertkomponenten na hunderte fehlen nicht mehr ne so fehlen nicht mehr aber sagst du hunderte? sagst du irre so Stahl habe ich komplett Herstellung ist noch nicht komplett kleine Rohre große Rohre Computer ok was man da nicht alles braucht was man da nicht alles braucht er steht nur auf Triebwertkomponenten im Atemschiff süßte und Strom so ein großes Rohr brauch ich noch und 6 Kommunikationskomponenten dann ist der signalverstärker fertig ok er sieht lustig aus er sieht aus wie so ne wirkliche Antenne einfach ne mhm so was produziert das Ding gerade er will immer noch Dings machen warum sind denn hier keine großen Rohre mehr? hast du noch welche mit Inventarhecker? mhm nein ich hab keine mehr hast du gerade irgendwelchen noch für die Triebwerke verbraucht? ja jetzt fehlt der Brauch ein großes Rohr ah hast du also das benutzt was ich gerade brauchte? ja weil mir genau eins fehlte ja und jetzt fehlt mir eins warte ich bin hier in der Auftrag so jetzt brauche ich nur noch die Kommunikationskomponenten wie viele? aber ich brauche nicht die neun die da drinstehen ich brauche nur 6 1 2 3 4 5 6 so ich ziehe die mal kurz nach vorne die Computer und die Motoren werden die da irgendwo gebraucht? ähm ich wüsste jetzt nicht wo dann nehme ich sie erstmal raus will das Schiff schneller laden damit das Schiff dann auch angedockt werden kann damit er dann selbstständig laden kann es ist ja nur kann sie kurz zum vorladen mehr ist es ja nicht ja sobald er auf dem Verbinder steht kann er ja übern Verbinder laden genau so Signalverstärker ist gebaut ok so 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 ihr kennt das Spielchen Leute einmal kurz äh Testbild ich muss ich muss an den Dings ran ich muss nämlich gucken wie viel Power er jetzt aufnehmen kann 12 Megawatt kann er aufnehmen Heiko oh und muss bei dem anderen jetzt natürlich die Sendestärke ändern das heißt ich ich kann aber nicht mit 12 Megawatt senden Heiko ne ne unsere Basis verbraucht jetzt schließlich auch ein bisschen was ja ähm ich sende 11 ich sehe die Verbrauchung aktuell 3,7 ne ja 3,1 sende ich also gehe ich jetzt auf 11 hoch beim senden mhm so so jetzt werden 11 gesendet unsere Stationsbatterie ist innerhalb warte kann ich wieder ausblenden ist innerhalb von 16 Minuten leer oha es fehlt echt nur 14 Kilo Platin 14 Kilo dafür sind aber jetzt die Schiffsbatterien in 20 Minuten voll so Problem ist die Batterie ist eher leer als vorher die Batterie ist eher leer ja mhm ah ja so gut liebe Leute aber das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein denn diese Folge ist schon wieder zu Ende und deswegen verabschieden wir uns und sagen tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss